Das 16. PKD-Symposium Familiäre Zystennieren am 25. und 26. Oktober in der Charité in Berlin. Unter der medizinischen Leitung von Professor Kai-Uwe Eckert erfahren Sie alles von der Diagnose, Therapie bis zur eigenverantwortlichen Beeinflussung der Erkrankung. Wieder mit dabei Nicole Schierhag mit dem Thema soziale Herausforderungen. Durch interessante Vorträge, offene Gesprächsrunden und informative Workshops helfen wir Ihnen, Licht ins Dunkel zu bringen. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt. Mehr Informationen und Anmeldung auf symposium.pkdcure.de Mit freundlicher Unterstützung der DRK. Gesundheit ein Leben lang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017